jo servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ja ihr könnt schon titel lesen ich mache wieder ein adventskalender dass der die ankündigung davon mache ich jetzt schon als ersten tag ja ist vielleicht ein bisschen blöd aber ich weiß so und so halt nicht so unbedingt jetzt was ich da für videos so bringen soll und da habe ich mir gedacht mach einfach das erste video so und ja wird denke ich mal nicht schlimm sein wie gesagt ich mache jetzt wieder ein adventskalender und das war es eigentlich schon nein ich war es wie ihr es vielleicht auch seht ich war beim friseur heute wieder kurz geschnitten und ja im winter heute erste mal schnee dieses jahr also diesen winter ich tue ehrlich sagen ich bin gar kein schnee typ aber naja manche freuen sich bestimmt ich freue mich zum beispiel nicht auf schnee ja ist halt verschieden aber das ist gar nicht thema des videos ich werde auf jeden fall challenge mit dem tobi machen da hat challenge ich wollte eigentlich fußball challenge aber wenn es die ganze zeit schnee liegt wird es vielleicht nichts ich weiß nicht vielleicht spielen wir auch mal im schnee mal gucken auf jeden fall vielleicht auf jeden fall auch mal andere challenge ist nicht nur dart oder fußball vielleicht wieder eine tisch-tellis challenge die war so scheiße ohne witz oh gott ey wenn ich die jetzt nochmal anschaue da denk ich mir was haben wir da gemacht das glaube ich jetzt schon ein jahr her alter das ist krass vielleicht werde ich mal so auf meine ersten videos mal reagieren allgemein paar react videos und so weiter und ja vielleicht auch mal ein prank oder so an meinen vater oder mutter oder nochmal den tobi mal gucken lasst euch überraschen eins will ich noch sagen falls ein video nicht kommt am tag verzeiht es mir ich muss natürlich noch nebenbei arbeiten und so weiter und ich habe jetzt schon ein bisschen was vor produziert das ist klar zusammenschneiden muss durch das aber immer am tag genau weil ich weiß halt nicht ganz genau wann immer das video kommt und ja ja dann machst du es vom video ich hoffe es hat euch gefallen der erste tag ja ich weiß nicht besonderes habe nur angekündigt ja dann sehen wir uns morgen beim zweiten tag mal schauen was das wird und ja haut rein leute und ciao